moin leute was geht es wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wo ihr die morgige aquaman woche 4 herausforderung lösen könnt bei der bei der ihr einen backlink bekommt und zwar wird sich hier bei dirty dogs das ist hier hinten leute wird sich im wasser eine zeitherausforderung befinden gegenüber dieser säule die sehe ich jetzt leider nicht leute aber es wurde schon geleakt und zwar müsst ihr dann diese zeitherausforderung beenden so wie bei den anderen seasons vorher wo ihr dann bestimmte ringe oder etc einsammeln musstet ja und als belohnung bekommt ihr dann dieses backlink ich hoffe euch hat das video gefallen leute ich habe es wie immer so kurz wie möglich gehalten ja falls es euch gefallen hat dann lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und all die die noch kein abo da gelassen haben können das jetzt an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal